Das ist Nummer eins. So, something other than minecart. Okay, was? I don't feel like I have to stop, stop saying that there will be nothing. We will cross. Moment. Moment. Different areas are accessible depending on the water levels. There was another one in there somewhere. It's closed. One more left. Okay. Okay. Dieses Level könnte nicht ganz so kacke sein, oder? Ich hab endlich verstanden, nach welchen Regeln das Ganze hier funktioniert. Das wär natürlich auch okay. In der Nähe der Wand. Was? Ich weiß nicht, wie ich da lang kommen soll, aber... Rückwärts komm ich doch bestimmt, oder? Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Let's cross. No shit. Das ging doch. Ja, ich fühle mich gut. Scheiße. Ich sehe immer die Polizei a goldisch. Das hört sich immer, wenn man braucht diese Polizei. Tails, noch mehr. Das ist ein bottleneck für die Kaos-Kaos-Kaos-SONY. Vielleicht hat Eggman die Emeralds in Raum heraus zum Outer-Seinen. Outer Space? Knuckles! Hey, Leute. Long time no see. Ich muss mich verloren in den Minden haben. Schauen, die Master Emeralds-Pieße war schwerer, als ich dachte, es wäre. Wo sind wir, in Ordnung? Hey, wo sind wir? Move aside, Knuckles! Ich habe die Transkripte zwischen Eggman und dem Präsidenten auf dem Regierungscomputer gefunden. Ich folge jetzt der Präsidenten-Limo. Wenn wir in die Limo kommen, können wir die Telefon zu finden, um Eggman zu finden. Okay, wir treffen uns da. Hey, warte für mich, Tails! Dieses Spiel hasst mich, oder? Der Präsident muss da oben sein! Neun Level? Und zwar im Set 2 mit Sonic, so für dich, wenn ich richtig gezählt habe. Moment, Steuerung ist ja anders. WTF? Also, ich muss mir auf meinen Reкахkaufleren-Grafelaten werden. tape-innen Man! Vor allem! Vor allem! Vor allem! Vor allem ist das Buch eigentlich sehr gut. Und wenn wir es noch nicht mehr Svens月 er Experience gibt, Vor allem. Moment, was? Ah, ich vergesse gerade, dass ich die Leer-Taste benutze, statt W. Ah, ich vergesse gerade, dass ich die Leer-Taste benutze. Ah, ich vergesse gerade, dass ich die Leer-Taste benutze. Oh nein, Sonic! Nur ein paar Minuten! Powerboot! Bis zu diesem ganzen... Das ist eine Rennstrecke in der Luft. Und hier soll der Präsident rumhängen. Und hier fahren Taxis im Kreis. Das ist eine Rennstrecke in der Luft. Das ist eine Rennstrecke in der Luft. Oh! Powerboot! 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 Ohne Eskorte, wie ich sehe. Was? Nur C-Rang? Ich bin enttäuscht. Das war doch bestes Fahrverhalten hier. YAY! Herr Präsident, Beratungen zeigen, dass seit dem Inzidenz drei Stunden vorhin das Land in Turmau ist. Unsere finanziellen Gemeinschaften sind geimpftet und unsere Satellitenkommunikationen sind geblieben. Eine Erdbezüglichung wurde gegründet. Herr Präsident, das ist eine nationale Krise. Schreib mir die Details. Exakt nur, was ist es, was du willst? Dr. Eggman. Well, let's just get down to business then, shall we, Mr. President? I won't bore you with all the details since I know you are a very busy man. Mr. President, my demands are quite simple. Surrender to the Eggman Empire and make no attempts to resist. Otherwise... Otherwise... Otherwise, your country will cease to exist. You have 24 hours to give me your answer. No way! What the? Sonic! Eggman Empire! Yeah, right! What the heck's going on here? Oh no! Mr. President, everything's under control. Just leave it to us. Got it, Tails? I got it! He's transmitting from the Space Colony Ark! Okay! Let's move it! Wait up, Sonic! Hey, you! Wait! Mr. President, we're receiving an incoming signal from our agent. Inside that pyramid? I saw Eggman go inside the pyramid. And more importantly, I saw that Batgirl go inside with him as well. Well, you saw them too, right? Well, yeah! We should be able to get into outer space from there. I don't know what the Space Colony is all about, but I'll find and destroy that cannon. And then kick their imperial butts! I'll go and find the entrance! Also, ich vermute mal, dass die Cutscenes, die wir hier nicht sehen, einfach mal von der Dark-Story sind, aber ich find's trotzdem nicht ganz... Ich find's trotzdem etwas seltsam, weil in Adventure hat man ja auch immer alle Sichtweisen gesehen, wo die Charaktere anwesend waren. Let's go! Warte. Soviel zum Thema Sinnlos. Ich hatte gedacht, da wäre wenigstens ein Upbreak oder so. Warte! Alá! Das war jetzt auch nur drin. Ah. Okay. 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 Yeah, lang. Okay. My power is still! Okay. Boah... Danke.